So, seit zwei Tagen ist ja nun endlich online der neue Kurs von Frank Heister, Schrägstrich der Frank Heister Akademie und Networks Vision, und zwar die Mission Scope. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von euch mitbekommen hat, die, die in Bremen waren, auf jeden Fall. Und zwar, dass die Frank Heister Akademie und eben Networks Vision seit Anfang des Jahres gemeinsame Wege gehen, um eben einfach eine noch größere Reichweite zu schaffen, eine noch größere Reichweite zu haben, noch mehr Networker zu erreichen, um eben ihnen dabei zu helfen, ihr Business aufs nächste Level heben zu wollen und zu können letztendlich auch. Und Frank hat es gestern angekündigt auf seiner Seite, und zwar, dass eben der Feriscope-Kurs online ist. Und ich glaube, es können auch nicht alle sagen, dass sie es nicht gesehen haben, denn letztendlich haben es über 360 Leute geliked, vier haben es auch geteilt. Aber unabhängig davon wollen wir jetzt nochmal zeigen, wie ihr denn euren Feriscope-Kurs, die Mission Scope, letztendlich findet. Dazu geht ihr bitte einmal auf www.networksvision.com und dann loggt ihr euch hier oben über Login auf, beziehungsweise in eurem Portal ein. Ihr findet dann diesen Login-Bereich und diejenigen, die sich letztendlich noch nicht angemeldet haben, die können sich hier anmelden über Melde dich jetzt an, ist ja ganz klar. Und können dann in ihrem Backend den Kurs kaufen, das gucken wir uns auch gleich an. Und diejenigen, die sich schon mal angemeldet haben, die den Kurs, wie gesagt, gekauft haben und ihr Passwort vergessen haben, die können hier bitte draufklicken auf Passwort vergessen, geben dann hier ihre E-Mail-Adresse ein und fordern dann das Passwort an. Das, was passiert, ist nicht, dass ihr euer Passwort zugeschickt bekommt, sondern es ist noch einfacher. Ihr bekommt einen Link zugeschickt und könnt über diesen Link dann letztendlich ein neues Passwort festlegen. Schreibt euch das bitte auf, sodass ihr das dann nicht wieder vergesst. So, diejenigen, die ihren Benutzernamen oder ihre E-Mail-Adresse, wichtig hier oben Benutzername oder E-Mail-Adresse, beides funktioniert, noch wissen und ihr Passwort noch wissen, die können sich letztendlich ganz normal einloggen und finden dann hier im Backend als erstes den Hinweis auf den Periscope-Kurs, auf die Mission Scope. Wer dann hier oben direkt reinklickt, der Mission Scope-Kurs von Frank Heister, der gelangt auch direkt zu dem Kurs und kann hier auf Ansehen klicken und findet dann hier entsprechend die vier Videos und die zwei Bonus-Videos zu dem Video, äh, zu dem Kurs. So, wer warum auch immer sich ablenken lässt, soll ja mal zwischendurch passieren und klickt auf irgendeinen anderen Knopf, zum Beispiel auf die Gratis-Videos, die hier hinten im Backend liegen und dann nicht über den Home-Button wieder zurückfindet, der findet unter Produkte, Produkte, alle Produkte, hier eben auch die Mission Scope von Frank Heister, kann hier auf Jetzt Ansehen klicken. Derjenige, beziehungsweise diejenige, die den Kurs noch nicht gekauft hat, hier unter Home, kann hier, wenn du den Kurs noch nicht hast, hier draufklicken und gelangt dann eben zu dem Formular, wo man letztendlich diesen Kurs kaufen kann. Alles klar, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und wer jetzt an der Stelle sagt, okay, ging zu schnell, bitte einfach das Video nochmal zurückspulen und dann letztendlich an den Stellen Pause drücken oder sich Notizen machen, faktisch relativ einfach, einfach unter networkscvision.com, Login, Passwort eingeben oder wer das Passwort vergessen hat, hier unten auf Wiederherstellen drücken, jetzt einloggen und hier direkt über Mission Scope findet ihr dann wunderbar den Kurs jetzt ansehen und könnt euch alle vier Videos und die zwei Bonus-Videos angucken und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg an der Stelle mit der Mission Scope und wer sagt, okay, ich würde die Jungs und Mädels auch ganz gerne mal live kennenlernen, der hat als nächstes die Chance in Berlin, am 7.02. hier ab 8.30 Uhr wie immer in Zusammenarbeit mit der Frank Heister Academy und Networks Vision, der Power Day, diesmal unter dem Motto Knockout, besiege endlich deinen Schweinehund und wer dann nach Berlin sagt, okay, ich möchte die Jungs und Mädels nicht nur einen Tag am Stück erleben, sondern eben drei Tage, der ist recht herzlich, ja, ich will nicht sagen eingeladen, aber den würden wir dann gerne kennenlernen und der kann uns alle ganz gerne kennenlernen und zwar vom 11. bis zum 13.03.2016 in Augsburg bei unserem großen Networks Vision on Fire Event gemeinsam mit der Frank Heister Academy und da werden wir dann drei Tage lang jedem, der da ist, dabei helfen, sein Business letztendlich aufs nächste Level zu heben. In diesem Sinne, viel Spaß und viel Erfolg.